Auch von mir noch mal herzlich willkommen. Genau, das Thema ist heute EOC Geo Service und ich würde einmal die Datensätze und die Services allgemein vorstellen, ein kurzer Überblick und dann nochmal ein bisschen mehr auf Stack eingehen. Genau, kurze Agenda, hatte ich ja gerade eigentlich schon gesagt, was ist überhaupt der EOC Geo Service und was für Services stellen wir bereit, was haben wir für Datensätze, da werde ich jetzt nicht auf alle Datensätze eingehen, die wir bereitstellen, aber so einen kleinen Überblick geben. Dann ein ganz kurzer Überblick über Spatial Temporal Asset Catalog, es gab schon ein paar Vorträge dazu, aber wer den dann auch nicht so gesehen hat und das nicht kennt, ist vielleicht nicht schlecht, wenn ich noch mal kurz was dazu sage. Und dann, wie man Stack anwenden kann, einmal in QGIS und einmal im Jupyter Notebook. Genau, zuerst EOC Geo Service, was ist das überhaupt und wer betreibt das? Also es wird eben vom DLR betrieben, beziehungsweise dort vom Institut für das Deutsche Fernerkundungsdaten Zentrum, DFD und dort hauptsächlich von der Abteilung für Informationstechnik, wo ich auch angestellt bin. Und das heißt EOC Geo Service und nicht DFD Geo Service, weil wir in so einem Verbund von Instituten sind, also eigentlich zwei. Einmal IMF, also Institut für Methodik der Fernerkundung und die machen halt eher die Methodik und wir machen eher so ein bisschen die Infrastruktur. Wobei, so trennscharf würde ich es jetzt eigentlich nicht sagen, aber so. Der Geo Service ist eine Online-Datenplattform eben für Geo- und Erdbeobachtungsdaten. Den gibt es seit 2009 und ist als Ergänzung zu EOweb gekommen. EOweb ist eine Katalogbestellungsplattform, wo man eben für Nmap-Daten, Tandem-Daten kann man dort bestellen. Genau und DSDA steht für Deutsches Satellitendatenarchiv und EOC-Daten werden dort halt integriert. Also sowohl quasi die Primärdaten eben vom Satelliten oder halt auch schon angereicherte Daten oder abgeleitete Datenprodukte. Genau. Hier rechts, ich zeige es mal, glaube ich, kann ich es mit der Maus zeigen? Man sieht meine Maus, glaube ich, nicht, oder? Ne. Okay. Ah, jetzt ist sie da. Okay, super. Hier auch nochmal so ein bisschen der Aufbau. Also wir haben hier oben unterschiedliche quasi Datenquellen. Einmal direkt Projekte, also sowas wie ein ESA oder allgemein Data Hubs und dann halt deutsche Missionen wie die Tandem-Mission, Nmap oder DESIS. WSF steht in diesem Fall für World Settlement Footprint. Dann können Daten auch direkt aus Processing Systems kommen, zum Beispiel, was im Moment häufig ist, aus Terabyte, also aus einem HPC-Cluster oder halt aus einem Langzeitarchiv, was auch direkt, was wir auch betreiben. Geoservice werden dann die, genau, die Metadaten bereitgestellt, die EO-Daten. Workflows und Data Cubes. Also ich würde mich mal jetzt auf diesen Bereich konzentrieren. Und dann haben wir halt unterschiedliche Services, um die Daten abzufragen. Eben OGC, Services, WMTS, WCS, WFS. S3 zusätzlich noch für Access und für Discovery und Download halt den CSV, OpenSearch, HTTP für einen ganz einfachen Download und dann eben jetzt neu dazu bekommen, Stack. Und das kann man halt in unterschiedlichen Plattformen und Portalen integrieren. Zum einen betreiben wir eben den EOC-Geoservice. Zusätzlich kann man auch natürlich die Dienste in Desktop-GIS einbinden. Es gibt Portale, die uns einbinden. Im Geoportal.de, das sagt vielleicht einigen was. Und dann gibt es auch noch, ja, eigentlich nochmal Plattformen oder auch Portale, sowas wie Code.de oder EOLab. Und es ist aber auch ein Zugriff über Libraries, quasi über Python oder Curl möglich. So, jetzt einmal, damit man auch sieht, wovon ich spreche. Das ist so die Hauptseite. Genau, kurz zum Aufbau. Hier oben haben wir News, also wenn quasi neue Datensätze integriert wurden, schreiben wir meistens eine News-Meldung, dass die User das auch wissen. Dann die Services, da kommt gleich noch ein Bild von. Da sind einmal alle Services, die verfügbar sind, aufgelistet. Dann haben wir direkt eben diesen Maps-View. Das heißt, da kann man sich die Datensätze direkt im WebGIS anschauen. Dann der Download-Bereich. Und dann gibt es zu einigen Datensätzen auch noch Data-Guides, wo es halt darum geht, okay, was sind das für Daten und teilweise auch, wie kann ich die Daten nutzen oder darauf zugreifen. Genau, das sind dann einmal die unterschiedlichen Services. Also Atmosphäre, Basemap, Katalog-Service, Elevation, Imagery, Land- und Teil-Cache-Service, die man sich dann auch einbinden kann. Und hinter diesen Services verstecken sich dann quasi die Datensätze. Und ich gehe jetzt mal auf die vier Haupt-Services ein und was ich da eben für Daten hinter... Ah ne, vorher kommt noch der Download-Service. Dann gehe ich da gleich kurz drauf ein und was für Datensätze sich dahinter befinden. Genau, Download-Service haben wir eigentlich so zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben einen einfachen... Ist die Maus wieder? Da. Einen einfachen, ja quasi über ein Filesystem-Download, also ein HTTP- oder ein FTP-Download. Oder vor diesem Download ist noch ein Map-Client geschalten, so wie jetzt... Das sind Tandem-30-Daten, wo man halt sich die Kacheln im Map-Client auswählen kann und dann runterladen. So, jetzt kommen wir zu den Datensätzen. Das ist einmal im Land-Service. Wie gesagt, immer nur eine kleine Auswahl an Datensätzen. Ich habe mal so ein paar genommen, die vielleicht interessant sind und nicht zu... Ja, die man ein bisschen schneller versteht, was da dargestellt wird. Also oben rechts haben wir Ice-Lines. Da geht es um Küstenlinie quasi in Antarktis, wie sich... Also um Shelf-Eis, wie sich das verändert über die Jahre. Dann haben wir hier links. Das ist World Settlement Evolution. World Settlement Footprint und dann der Evolution Layer. Das heißt, wie sich Städte und Bebauung über die Jahre verändert haben. Das ist jetzt ein Beispiel aus China. Da sieht man das ganz schön, wie schnell die Städte gewachsen sind. Und rechts ist auf täglicher Basis, das sind Global Snowpack-Daten, also quasi wo eine Schnee-Snow-Cover quasi ist, aus Modus-Daten abgeleitet. Müsste das sein? Modus? Und so im Atmosphäre-Service haben wir eben die S5P-Layer für Spurengase und Medop. Das sind auch Spurengase, aber das ist nur für Ozon, jeweils auf täglicher Basis. Imagery-Service haben wir oben rechts. Ich sollte Ihnen mal zeigen. Oben rechts haben wir die Nmap, Level 0 Quick Look. Level 0 Quick Look heißt, da stehen in dem Sinne nicht die Daten hinter, sondern man kann halt direkt sehen, welche Daten aufgenommen wurden an dem Tag und müsste dann zum Beispiel ins EO-Web gehen oder auf unseren Stack-Katalog, um auf die Daten zugreifen zu können. Dann haben wir hier einen Modus-Aufnahme, auch auf Daily-Basis und ein Sentinel-2-Level-3a-WASP-Daten. Das sind monatliche Cloud-Free Composite. Dann im Elevation-Service sind Tandem 90 Geländemodell. Zusätzlich haben wir jetzt auch noch die Tandem 30 Daten verfügbar. Die sind dann aber nicht im Elevation-Service, sondern ich glaube im Tile-Service. Das war es zu den Services und Datensätzen. Jetzt kurz zu Stack. Stack steht für Spatial Temporal Asset Catalog, heißt räumlich und zeitlicher Aspekt. Es ist eine Standardisierung, wie Metadaten von Geodaten strukturiert und abgefragt werden können. Basiert auf JSON-Objekten, die halt die Daten beschreiben. Es ist bei uns so strukturiert, dass wir erst den Katalog haben, eben den EOC-Geo-Service. Und dann den Stack-Endpunkt, der hier oben auch steht. Und darunter sind die Collections enthalten, also sowas wie die S5P-Daten, NMAP-Daten. Das sind, ich glaube, momentan 32 Collections. Jede Collection beschreibt sich dann nochmal selbst, heißt, was ist in der Collection enthalten, welche Lizenz steht dahinter. Und dann geht man auf die Items-Ebene. Da sind dann wirklich die konkreten Aufnahmen. Und ein Item sieht dann so aus, dass ich unterschiedliche Assets habe. Ein Asset kann sowas sein wie eine Metadata-XML-Datei. Dann das Spectral Image, Quality Layers. Also alles, was halt zu dieser Aufnahme, zu dieser einen Aufnahme gehört. Und um es besser auffindbar zu machen, kann man dann noch Properties rausmappen. Das ist jetzt, ich glaube, ein NMAP. Ja, genau, ein NMAP L2A-Produkt. Da gibt es relativ viele Properties, die rausgemappt wurden. Genau, soviel zu Stack. Und jetzt würde ich einmal wechseln. Geht das? Ich muss es rüberziehen auf den zweiten Bildschirm. Da. Danke. Genau, jetzt würde ich einmal darauf eingehen, wie man im Kugel Stack verwenden kann. Dafür gibt es einen Plugin, OpenStack API Browser. Genau, der sieht so aus. Da kann ich mir oben unterschiedliche Stack-Kataloge oder APIs einbinden. In diesem Fall, genau, so ein paar sind schon vordefiniert. Den Gearservice habe ich jetzt schon mal eingebunden, aber ich kann das mal eben zeigen, wie das dann aussieht. Also eigentlich ist es nur, ich packe hier in die URL und kann dann einmal die Connection testen. Dann sagt er mir hier, dass es eine Valid Stack API ist. Und genau, dann muss ich hier einmal die Collections mir quasi fetchen. Genau, 32 Stück sind es im Moment. Und ich würde jetzt mal das anhand vom World Settlement Footprint zeigen. Das heißt, ich suche hier die Collection raus und habe dann unterschiedliche Möglichkeiten zu filtern. Also Spatial und Temporal sind die Hauptfilterparameter, sage ich mal. Das heißt, ich kann hier Filter by Date, also Temporal, Filter und nach Extend, Spatial. Ich habe dann aber auch die Möglichkeit, noch Advanced Filter, also mit CQL nach den Properties zu filtern. Das zeige ich gleich noch, wenn es ums Notebook geht. So, dann würde ich jetzt mal sagen, ich suche mir hier ein, wir sind in Hamburg. Und sage dann hier unten Search. Dann hoffe ich, dass das jetzt nicht zu lange dauert. Ah, da ist es schon. Genau. Und dann bekomme ich eben die Layer, welche dem Extend entsprechen, beziehungsweise die Items. Ich kann dann hier mir die unterschiedlichen Assets anzeigen. Also in diesem Fall gibt es dazu nur die Daten quasi und ein Thumbnail und ein Overview. Ich kann dann sagen, okay, ich möchte die Daten downloaden. Oder kann die Daten dann teilweise auch direkt in mein Projekt adden. Das mache ich jetzt nicht, weil das dauert dann immer ein bisschen. Genau. So viel erstmal zu QGIS. Und dann würde ich einmal wieder rüber wechseln. Dann zu, wie kann ich Stack in einem Jupyter Notebook benutzen oder auch in einem einfachen Python-Skript. Also es muss kein Notebook sein. Erstmal brauche ich ein paar Imports. In diesem Fall eben den PyStack-Client, ODC-Stack. Ich glaube, DataCubes nutze ich jetzt gar nicht weiter. Dann muss ich auch wieder wie im QGIS den Endpunkt definieren. Ich sage, das ist jetzt mein DLR-Katalog. Und kann mir dann erstmal so ein paar Infos ausgeben lassen. Also ID, Title, das sind halt diese Sachen, die man in dem JSON-File findet, die halt dann beschreibend sind. Und kann mir dann auch ausgeben lassen, okay, wie viele Collections habe ich in meinem Katalog. Dann sieht man hier, werden einmal alle Collections ausgegeben, die im Katalog sind. Da finden wir dann auch sowas wieder wie eben die Nmap, Level 2a-Daten, die World-Settlement-Footprints, Tandem- oder beziehungsweise Teresa-Daten. Genau, das muss man dann mal schauen, welche Datensätze man benötigt oder gebrauchen kann. Wieder auf den World-Settlement-Footprint-Daten wird einmal die komplette Collection quasi angefragt. Da befinden sich 5138 Items, beziehungsweise Aufnahmen drin. Und dann kann ich halt anfangen, wie da eben Spatial, Temporal zu filtern. Kann sagen, okay, ich habe eine B-Box in diesem Fall für Germany. Und gebe den Parameter dann einfach mit bei der Katalogabfrage. Und bekomme dann eben nur noch 28 Items raus. Das kann ich, genau, ein Item oder, ja, die Items kann ich mir dann auch anzeigen lassen. Bekomme die ganzen Properties, also in diesem Fall eben ID, Zeitstempel, aber auch, ja gut, der hat jetzt nicht so viele schöne Properties. Und kann dann auch auf die einzelnen Assets wieder zugreifen, wie auch im QGIS. So. Was kann ich damit noch machen? Ich kann dann quasi auch aus dem Skript heraus mir ein Download, ein kleines Download-Skript basteln. In dem Fall war das auf einen anderen Datensatz, auf Resa-Daten. Aber das heißt, ich kann mir die Collection filtern und dann direkt sagen, okay, ich hätte die Daten aber doch gerne lokal. Und, ja, das wird damit auch funktionieren. Und dann, was eigentlich auch so von uns das Angestrebte ist, für die Nutzung damit zu sagen, ich kann dann quasi direkt in einem Notebook mit den Daten rechnen und das dann halt auch skalieren irgendwann. Also dann mache ich das vielleicht nicht mal in einem Notebook, sondern einfach packe das ins Skript. Aber quasi, ich glaube, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Und zwar, was wir machen, wir legen die Daten eben nicht nur im Stack ab, sondern sehen auch, also machen die auch ARD, also Analysis Ready. Das heißt zum Beispiel, die GeoTIS werden im Cloud-Optimized-GeoTIS-Format abgelegt. Das heißt, wenn ich eine Bounding-Box habe, die zum Beispiel viel kleiner ist als meine Kacheln, dann kann ich, wenn die Kachel als Cloud-Optimized-GeoTIS vorliegt, kann ich mir auch nur diese Bounding-Box runterladen und muss mir nicht, oder weiter analysieren und muss mir nicht das komplette Image runterladen. Das wäre eigentlich noch wichtig gewesen, aber jetzt habe ich es gesagt. In dem Fall lasse ich mir das jetzt nur direkt anzeigen, aber jetzt habe ich die Daten quasi da und könnte dann auch weiter drauf rechnen. Genau, das war auch soweit schon die letzte Folie. Genau, wenn irgendwelche Fragen sind, die jetzt vielleicht auch noch nicht da sind, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Hier oben ist einmal meine E-Mail-Adresse und hier habe ich noch einmal den Link aufgeführt für allgemein den Geo-Service und dann eben für den Stack-Endpunkt. Genau, das war's. Vielen Dank. Es sind zwei Fragen im Chat, die würde ich erst stellen. Wenn ihr dann noch welche habt, müssen wir dieses Mikro einmal rumgeben, weil das andere ist gerade ausgegangen, Batterie leer. Also, wieso kann man die meisten Daten, die man in eurem Stack-Katalog findet, nicht herunterladen? Das DLR sollte als öffentliche Einrichtung die Daten doch unter einer offenen Lizenz zur Verfügung stellen. Also, erst mal die meisten Daten kann man, die meisten Collections haben keine Zugriffsbeschränkung, aber es stimmt gerade die Tandem-Daten und die NMAP-Daten, die Desis-Daten auch, sind, also, die kosten nichts, aber es müssen halt Lizenzen zugestimmt werden und bei NMAP muss ein Sanktionslisten-Check durchgeführt werden. Dann, mir wäre es auch lieber, das wäre nicht so, aber das entscheiden die Juristen. Also, ja, kann ich, also, stimme ich zu, mir wäre es auch lieber, es wäre nicht so, wie es ist und ich könnte auf alle Daten so zugreifen, aber die Hürde, sich einen Account zu machen, ist eigentlich nicht so groß. Also, man geht einmal auf den Download, dann kommt man zum UMS, also zum User Management Service, da kann man sich registrieren, sagt einmal, okay, ich stimme den Sachen zu, am besten man liest es vorher, aber, ja, ja, sind halt Lizenzen und dann kann man die Daten runterladen und dann hat man da eigentlich, ja, auch nicht mehr viel mit zu tun, aber es ist halt so, wie es ist und kann ich leider auch nicht ändern. Ich würde es gerne ändern, aber, ja. Wir sind auch immer bestrebt, ich meine, wir machen ja die Datenintegration, wir sind schon bestrebt, da auch die Hürden so niedrig wie möglich zu halten, aber bei manchen Sachen kommen wir halt auch nicht, ja, weiter. Kurze Gegenfrage denn noch, wenn man sich einmal angemeldet hat, wie lange dauert das dann, wenn man irgendeinen Request macht? Nachdem man angemeldet ist, wann man das dann nutzen kann, oder? Also, wenn ich jetzt mich angemeldet habe und dann eine N-Lab, ein Satellitenbild runterladen will, dauert das dann oder kann ich das dann direkt machen? Ne, das geht dann direkt. Also, man meldet, man registriert sich, dann bekommt man dann ganz normal so einen Code halt zugesendet, den muss man da nochmal eintragen und dann kann man eigentlich auf die Daten direkt zugreifen. Was gerade noch ist, gerade sind die Accounts noch nach Datensätzen, quasi es gibt für einen, also es gibt einen N-Map-Account, es gibt einen Tandem-Account, das wird bald vereinheitlicht, dass es quasi einen Geo-Service-Account gibt, das heißt, ich brauche nur noch einen Account, kann dafür mehrere Datenprodukte den Lizenzen zustimmen, und dann wird es noch einfacher. Danke. Habt ihr neben Python noch Clients für andere Sprachen? Also, das Jupyter Notebook, die Sachen kommen ja nicht von uns, also wahrscheinlich kann man da auch mit anderen Sprachen drauf zugreifen, ja. Hat sonst noch jemand Fragen im Raum? Ja, seht ihr vor, dass man in Zukunft Satellitenaufnahmen auch so für Polygone runterladen kann, so wie man das beim Copernicus Data Service inzwischen kann? Dass ich auf der... Dass man nicht die ganze Szene runterladen muss, sondern nur wirklich die Area of Interest, die... Ach so, ja, ja. Ja, das ist halt mit dem, das geht über den Stack-Katalog, und das halt, wenn die Daten als Cloud-Optimals Geo-Tiff vorliegen, dann kann ich halt sagen, okay, ich... Also, über den Download-Service geht das nicht, da leite ich mir immer den kompletten Datensatz runter, aber wenn ich da eben über ein Notebook drauf zugreife und sage, ich habe das und das meine Bounding-Box, dann kann der auch, geht der in die Daten und holt sich halt nur den Area of Interest raus. Vielen, danke. Und über QGIS geht das auch? Ja. Ja. Glaube ich nicht. So wie das Plug-in gestrickt ist, glaube ich, lädt er sich immer die ganze Szene runter. Könnte man wahrscheinlich machen, aber ich glaube, so wie das Plug-in jetzt ist, geht das nicht, nur den Area of Interest runterzuladen. Okay. Last Chance. Dann würde ich sagen, nochmal einen schönen Applaus und vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.